Hier ist die Polizei. Bullshit, Sie kommen mir vor, als wäre das Beste von Ihnen damals am Arsch Ihrer Mutter runtergelaufen und als braune Soße auf der Matratze geblieben. Hallo? Sie sind doch garantiert, dieser Art von Typ, der fickt jemand in den Arsch und hat da nicht mal das bisschen Anstand, den wenigstens Rauchrennen runterzuholen. Hallo? Hallo? Auf Telefonie! Auf Telefonie! Auf Telefonie! Hallo? Computer, sag nein. Telefon. Mist. Warum denn so ernst? Das Telefon klingelt. Also, hinsetzen. Gute Nacht, Ladies. Gute Nacht, Sir. Was haben Sie eigentlich für einen Schaltfehler im Kopf, Sie Domenos? Hat Ihnen Mami und Papi nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt, als Sie ein Kind waren? Jetzt ist hier Achterbahn! Mann, bist du blöd. Du sollst auch mal deinen Verstand benutzen. Komm, ich muss dich das. Das Telefon klingelt. Geh ran ans Telefon. Das ist ein Befehl. Ihr Arsch kommt auf meine Liste! Aber seid ihr alle bekloppt, du Riffers? Ja, nee. Ist klar.